Hi Leute! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Display. Uns haben wir League of Legends mit den Nutella. Ja, hi, hi, hi. Und ich bin... Ich bin Luchs in der Mitte. Nutella spielt... Es ist real. Ich bin Homo-First auf AD Carry auf der Bonds-Position. Nuno Supported, Mordecai da Top und Shekko Jungle. Ja! Das Gegner unten hab ich Bolivar und Wayne. Was voll ekelhaft ist. Ich hab Bryce in der Mitte. Das wird schwer. Ja eben, was noch ekelhaft da wird. Das geht eigentlich, aber du musst immer Abstand von ihm halten. Ich spiele grad mal das zweite Mal mit Luchs. Einfach Abstand von ihm halten. Nie zu nah rangehen, um den Normal-Hip zum Beispiel zu machen. Außer nach einem Stun vielleicht, oder? Ach, wird schon schief gehen. Riven Top gegen Mordecai da. Mordecai da müsste gewinnen. Amumu mit nem hohen Ping. Wayne und Woli unten und ja. Mordecai da müsste eigentlich alles rocken, oder? Guck mal, wie mein Support sich anstellt. Warum hast du so einen guten Ping jetzt? Und sonst holst du mal rum, weil du so einen schlechten hast? Ne, ich, ja, manchmal hab ich einen High-Ping, aber das liegt dann kurz am Ende. Das ist auch nie lange. Aber ich hab manchmal halt die Legs, so wegen dem W-Darm, das ich ernstweise benutzen muss. Ach so. Also, ich werd zuerst mein Q-Skill nur mir Schuhe holen. In Lux-AP-Position würde ich eher die Q-Skillen. Dann skill ich die Q-Skill und hol mir Schuhe. Also dein E. Okay, mach ich dann. Den auch zuerst hochskillen? Ja. Ja, da kannst du dir aussuchen, aber ich werd die Q-Skillen. Okay. Äh, erst halt. Dann hör ich mal auf dich. Hallo, was los hier? Ey, dauert ja mal ziemlich lang. Mach einfach deine Ulti, weil die hat wenig cooldown. Mach einfach deine Ulti, aber wenn es passend ist. Na, auf Level 1 sagst du. Weil die hat auch so wenig cooldown, dass sich nicht lohnt, wenn du die aufspaßst. So. Tränke. Zack. Und ab in die Mitte. Erzeugt, also mein E macht halt, verlangsamt die Gegner um 20% und nach 5 Sekunden explodiert das alleine und macht hohen Schaden. Und wenn ich's halt von alleine halt eh mit explodieren. Du musst, äh, die Stein. Äh, hier dürfen. Oben. Ja, ach so. Er macht red. Also muss ihr auch pullen, ne? Nein, muss man nicht. So. 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 Jetzt pohlen nur Def. Ja, ab wann zurückgehen. Dann nur Def. Ja, tue ich doch. Ja, weiter vorne. Ja. Kanns auch weggehen eigentlich. die 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 was ist mit dem alter wollen sie denn Union die nun die Luxe in der Mitte gespielt also kann das Schöne werden Juhu Leck, hast du echt leckert? Ja, das war scheiße, du bist gestorben Obwohl ich dir trotzdem vollkürzt, nee Musst du aber auch vielleicht benutzen Okay, gut, gut, gut Okay, Lux pusht aber ganz schön, ey So, lass ich den jetzt erstmal ein bisschen pushen Ja Ja Scheiße, vergessen zu lässt Scheiße, jetzt wuchst du überbolzen Oh, nice Nice Kann jetzt immer ein bisschen Ups Es ist, ne Es ist, ne Okay, das Spiel sieht im Moment schon gut aus Ja Ja Ich hab SS Ah, fuck, ich hab nun SS Scheiße Jetzt hab ich nun TSSS gesagt Das ist natürlich mies Komm schon Komm schon Das ist, wer ist SS? Äh, beide bots, aber Wayne bot Ja Wird auch wieder bot kommen Dann ist gut Dann ist gut Was war das denn Was war das denn? Ich hab zwei Skills gemacht Mehr als die Hälfte der Leben vom Model waren weg Äh, von Wise Krass Krasser Scheiße Oh ja, Blubuff, das ist natürlich schön Boah Boah, Alter Äh, die Botlane Warte kurz, Schluck trinken Mach das Botlane, die ist ähm Voll verrückt Mal komm auf der Lane, Alter Er ist 12 Minions Nach 6 Minuten Boah Guck mal, meine Minions sind Ich farm grad mal ziemlich gut Ist auch gar nicht schlecht Kann natürlich besser sein Wo ist es aber gleich dauernd Boah, ich bin noch ran gekommen Nice Bies Ach, ich hab ja auch noch Ignite Boah, das war grad voll cool Boah, das war grad grad voll cool Was? Musst Mitte Counterwards kaufen Was? Musst die Lieder Musst die Lieder in Ward kaufen Der Wardet die ganze Zeit Mitte Hier Good Job Jaja, so ist das Ich hab 2000 Gold, was soll ich damit machen, ey? Boah, du musst hier auf jeden Fall Stab des Erzengels früh holen Früh heißt jetzt, oder? Ja, schon mal Ja, schon mal trennen wird hin auf jeden Fall Okay Vielleicht holst du dir noch vor dem großen Stab holst du dir vielleicht noch Also jetzt direkt Stab des Erzengels Kannst du machen? Okay So, Lila Ward sagst du Der hat auch auch wohl Lila Ward aufgeschnitten Was? Was? Ein Fail Flash Oh Gott Nice Er ist 34 Minions, Alter Ich hab auch es 44, Alter Wo soll ich den hinstellen? Den Lila Ward Den Lila Ward Hoteller Bam Nice Okay, der war schön Da musste ich mich mal selber loben, ey War gut? War gut? Hast du den... Hast du den... Ja, Mann Also ich meine, äh Alleine, aber Der war irgendwo oben am Tower Ich hab Ulti gemacht Und hab den getroffen Der war tot Ich muss sagen, Lux gefällt mir irgendwie Wo soll ich meinen Wort hin tun? Nutella Kann so gut spielen, habe ich schon Wo soll ich meinen Wort hin tun? Den Lilan Äh, ein Leingebüsch Äh, ein Leingebüsch Am besten unten nimm das Ja, damit, okay Okay, da steht kein anderer drin Scheiße Scheiße Passt du nicht, wenn Nunu Passt du nicht, wenn Nunu Hau ab Wo ist Amumu, weißt du das vielleicht? So hares erinnerts So hares erinnerts Was soll der denn? Heißer 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 Wo steht der denn? Ach egal Ne, ist schon vorbei Ne, ist schon vorbei Okay Mann Ach, Chaco, wir hätten die zuerst ficken müssen Braucht ihr Hilfe unten? Nein Boah, wer schreibt mich jetzt an? Privat Wer ruft mich privat an? Schlimm, schlimm, schlimm diese Menschen, ey Boah, Alter hab ich den jetzt gegeben Na, der wird gleich down gehen Pass auf bitte, hau ab Ja, Rüben, ich weiß Oh, die besser auf der Horst Oh, chill Ich hol mir erstmal ein Stab, das er... Kann ich irgendwie back gehen, ey? Kannst du deffen bitte? Bleib mal kurz Nicht gegen so viele Nicht gegen so viele Hm Leck, leck, leck Oh, Glück Ist ja nur kurz war, ey Wo sind denn die anderen jetzt? Jetzt kannst du gehen Jetzt kannst du gehen So Weiß mit Clarity Weiß mit Clarity Ähm Geh weg, Mann, geh weg, ich komm, ich komm, geh weg Hast du Ulti? Hast du Ulti? Hast du Ulti? Hast du Ulti? Aber trotzdem, Buli Oh, hast du Ulti? Ja, mach, ich hab reingehaut Du auch Ulti? Du auch Ulti? Ja, oder so Weiß so Das ist noch nicht mal nützt 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 So, ich brauch Minions gay Ja, sorry, aber das ist ein Kind Ja, sorry, aber das ist ein Kind Nein, ich hab den schon nützt Ja, aber... Ja, aber... Da hast du recht Da hast du recht Na, fuck, Alter War auf jeden Fall gut, als wir mit der Ulti hast du gut getroffen Na, wir rufen jetzt an, ey Oh, fuck, ich glaub'n... Mein Chefmonter Waaaah, fuck Warte mal ganz kurz Eine Sekunde nur Nimm mal diese Weihweih Was geht los? Wir sind die Salze runtergefallen. Bitte auf den Fußboden. Ja, die kann man noch essen. Hast wenige Socken an. Da, Opfer. Ja, kommen die da zu zwanzigst, ey. So ein Arschkäfer. Ich brauche die Hilfe. Keiner sagt, es essen, alle sind bei mir. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Glaub ich dir gar nicht. Glaub ich dir gar nicht. Ich schwöre, ich hau den Weiß jetzt weg, Mann. Komm. Komm. Ah, fuck you. Ich wollte in der Leine hauern, ich hab das geschafft, ja. Lass erst mal Tower wegkommen, man lässt gleich dauern. Hm. Ups. Der Amor Weiß, ich denke, ist gar nicht so schlecht. Vielleicht zu gut, ne? Live is live, shalalala. Ah, fuck. Morphe. Morphe. Bar kamen, weiter. Bar kamen, weiter. War los Nutella. Das Spiel ist grad voll scheiße. Das Spiel ist grad voll scheiße. Wir spielen grad alle voll Trecke. ich hab noch 16 Minuten ist so wenig Minions wie wenig denn danke dass du mir die ganzen Minions schwächst fuck alter so sehr getroffen so sehr getroffen ach so jetzt kommen sie alle oder was lol kein getroffen nice geile Aktion nein doch den Amumu boah nee das Lied ist grad zu schwul was ich höre Jungs man ich brauch meine Mingen ja lass den holen Amumu ey nein ich schaff den nicht nein ich schaff den nicht au ab ja ja kühl deine Basis ey siehste nur wegen mir nur wegen mir wer hat jetzt geschafft ja nur weil ich reingehen wollte man scheiße warum hau ich die alle auf mich ey was ein Fail ulti von mir soll ich mir jetzt großer Stab holen oder erstmal Schuhe dann ja ähm du ne du musst Stab heißt Stab heißt Stab heißt Stab Stab des Erzengels hab ich schon dann Stab des Erzengels ach so ne ja ja ok welche Schuhe Magie durch Schwingung also äh Magie durch Schwingung also Zauber Schuhe Stab des Erzengels wo ist denn der Stab des Erzengels ähm ähm boah der hohe Mana ne ja der Stab des Erzengels beim Mana Bäm so Leck aber nur Kulai Leck ähm ja ja man ich spiel grad auch voll man ich spiel grad auch voll scheiße wieder Alter ja warum wohin rennt der denn das war als volle Fail von mir ich weiß wo o ja o 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 und alles gut mit sterben und sollte für die effekte und und dann denken würden denken b der hat sehr leidete was will man mehr was aber gibt bleibt das stehen junge hätte hier gegeben man der aufgeben wir sind die über das wollen dominieren das mal am mimo weg snacken wo auch elf me lol ich habe Immer diese kurzen Legs, egal Boah, gleich wenn ich schritzes Beil habe, geht es wieder ab Das wie mit Trinity Force und schwarzem Beil, Alter, das ist so harte Damage Boah, lacker Kind, ey Da ist jetzt, geht mir nur die Folter nehmen Da ist jetzt, geht mir nur die Folter nehmen Klärt mal Nunu Weiß sonst nix Morde muss toll werden Morde muss toll werden Oder, ne, steht einfach beide Das sagst du, der ist okay Doch, warum Nach dem dritten auch noch, sagst du Ähm Okay Bödinger von mir Racky schmisch ja auch Junge Aber ich will noch nicht gewinnen Oh Gott, jetzt sollten wir mal langsam Erwägung ziehen aufzuholen Boah, ich fäll mit meiner Ultim der Ruhe Hau ab Hau ab, hau ab Hau ab, hau ab Er stirbt Er stirbt Ja, ich glaube, nein Ja Das ist grad voll mies, Alter Wir sind schlecht in der Lage, weil wir zu lange durchgepusht haben Haben die uns Haben die uns Als wir schwank waren, haben die uns da angetroffen Wer ist Tom? Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Oh, nachstab des Erzengels ist aber aber bei uns, oder? Ähm, ja Ähm, ja Da hat er nicht mal schön Schaden leer raus So So Nee, du musst noch Glanz kaufen Nee, du musst noch Glanz kaufen Nee Oh Mann Ja, das war's Leute Und Ich hoffe, es hat euch gefallen Bis zum nächsten Video Ciao Ciao